Moin Leute, Trimax hier. Willkommen zum nächsten New York-Vlog. Heute ist das Wetter zum ersten Mal Mist. Zehn Tage hatten wir Glück, dauerhaft Sonnenbrand, heute ist das gar nicht. Letzter Tag, wo mein Bruder da ist. Der muss 16 Uhr reinhauen. Und heute gehen wir ins Museum der optischen Täuschungen und Illusionen. Und wir werden euch heute verzaubern. Viel Spaß. So, wir sind jetzt drin im Museum für Illusionen. Wie kommen die ganzen Illusionen überhaupt auf dem Handy rüber? Die haben wir gerade gemacht. Das Foto, was wir da gemacht haben, können wir mal einblenden. Da sind Stuhlbeine im Boden, weil der Stuhl ist da hinten. Hat funktioniert. Letzter Tag, ich bin gerade groß. Ich bin klein. Ich bin jetzt groß. Jetzt bin ich klein. Das ist eine optische Täuschung. Letzter Tag, ich bin im Waschbecken. Du bist ein Teller, ich verspeich's dich. Das sieht aus wie ein Spiegel, aber das ist ein Spiegel-Dreieck und man sieht nicht, wo das endet. Man sieht es nicht. Man sieht nicht, wo der Spiegel endet. Da endet der. So Leute, wir haben hier eine komplett gerade riesige Stange. Hier haben wir ein ganz komisch geformtes Loch. Dreh. Das ist satisfying. Nochmal. Schneller, 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 schneller. Bis zum Maximum ausgereizt. Hey, Checktop, ich bin auf dem Teller. Alter, krass, das habe ich noch nie gesehen. Wie geht das? Du bewegst doch dein Handy. Der bewegt doch sein Handy. Er hat aber gar nicht mehr Handy bewegt. Mein Kopf dreht sich doch. Das ist cool. Einmal komplett rum. Was macht das? Was macht das? Hat das auch irgendeinen Effekt? Vielleicht wieder nach links und rechts gehen? Ne. In jedem Raum wird ein Übel und kümelig. Das ist bei den Leuten groß. Was ist gut? Das ist für mich. Ich verstehe es auch nicht. 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 Weiter, weiter so. Ihr seid jetzt halt so schräg. Ich bin auf dem Teller. Der Himmel sieht cool aus. Ja, der Himmel sieht cool aus. Das ist hier das Besondere, glaube ich. Es geht hier um den Himmel. Ich gehe mal ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Ich bin auch nur schwindelig. Alter, warte mal. Das ist ja geil, oder? Das ist sauber schwindelig. Das hat mit dem Spiegel nichts zu tun. Das sah auch nicht krass auf Kamera aus. Keine Ahnung, was sollen wir hier drinnen machen? Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ich habe so oft gedreht, ich wusste nicht, wo der Eingang ist. Hier ist eine Röhre zum Reinklettern. Die ist saulang. Ey, die ist gerade drei Dinger lang. Und dann kommt der Spiegel. Aber er sieht cool aus. Was ist das? Ein Dreieck? Oh, hier ist es ein Viereck. Hier ist es ein Dreieck. Und hier ein Viereck. Alter, holy shit. Hier ist Romatra. Als Kind, krass. Guck mal, Niki. Ah, Romatra, krass. Ein Hologram, ein Hologram. Sieht man ein Hologram einfach? So, das ist hier so was wie ein Kaleidoskop. Ja, das sieht auf Kamera sick aus. Nicht so hoch und runter, oder? Wenn hoch und runter macht, das ist doch schlimmer. Mal schnell. Das ist doch voll stressig, wie die Leute da draußen. Das wird scheiß. Ist doch eine optische Täuschung. Wenn ihr das rote Herz sehen könnt, dann seid ihr farbenblind. Okay, jetzt kannst du die Massen machen und den Mund bewegen. Hey, also ich bin gerade wachs. Lutschweig. Schwarz. Was für ein Scheiß. Ja, jetzt. Du bist perfekt. Ich sehe aus wie du. Oh, jetzt krank. Was ist das für ein Scheiß? Mein Mund bewegt sich einfach. Oh, ich kann was das in der Mund bewegt. So was würde ich nie passen. Das machst du immer. Das mache ich nie. So eine Scheiße. Was haben wir hier? Think outside the box. Exceed your expectation. You should definitely think outside the box. Voll gestoßen. Boah, das ist alles so klebrig. Das reicht schon. Sieht das cool aus? Nein. Ätzig, ne? Und, hat es geklappt? Nein. Probier es nochmal. Siehst du die Kugel? Scheiße, jetzt sagst du einfach nur aus wie Idioten. Hast die Kugel nicht gesehen. Wir kriegen die optische Täuschung nicht hin, nur dass sie das schafft hat. Man muss gucken, ohne Fokus zu setzen. Aber das machen wir. Aber wir schaffen es nicht. Wir sind ja seit 20 Minuten die Bilder am Anstarre. Guck mal, was er da macht. Was er für ein Modus ist. Ich bin so im Modus. Das kriegt gar nichts. Alter. Wow. Krank. Sieht aus wie ein Quantum Realm. Alter. Das sieht ja so krass aus auf Kamera. Ah, echt auch. Guck mal, echt sieht das auch so aus. Überraschung. Von da hoch gibt es doch ein Dreifer. Zwei Dreifels. Okay, das mache ich. Was mache ich hier? Was macht man hier, Niki? Warte, ganz kurz. Ich mache gerade mal Zeit mischen. Zeit mischen? An die 30 Sekunden lang das ankommen. Und dann? Platz dein Auge. Was machst du da? Was machst du da für ein Wacher? Was soll das? Denk dir noch mehr Performance aus? Was soll das? Was beschwörst du da, Alter? Was für ein Scheiß? Was für ein Scheiß? Das ist ein Klassiker. Die Linien sind gleich lang, Leute. Jetzt kommt der Krasse. So. So. Der ist genauso lang. So. Deine Style. Genauso lang. Beides ist gleich lang. Versteht ihr? So. Hier haben wir eine Ponzo-Illusion. Zeig erst mal so ohne Stift. Die Linien sind gleich lang. So. Versteht ihr das? Was kann das hier? Wie? Der ist einfach unendlich. Ja, hier sind nur zwei Spiegel. Ich kann nicht. Unendlich ist der nicht. Der geht hier vielleicht einen halben Meter rein. Ne, ne. Unendlich. Der würde immer weiter gehen. Der ist doch nicht unendlich. Der würde immer weiter gehen. Scheiß. Wenn euch das ganze gefällt, gerne den Kanal abonnieren. Kommt auf sehr viele, sehr geile New York Vlogs. Und vielen Dank für das ultra geile Feedback. Also ich hatte noch nie in all den sieben Jahren, wurden die Videos so gefeiert, auch in den Kommentaren. Freut mich sehr, dass es euch auch gefällt. Danke.